Kindergeburtstag mit allem drum und dran. Für dieses Mädchen, man sieht es, man spürt es förmlich, ist die Welt in Ordnung, so wie sie eben ist. Das ändert sich. Es gibt politische Konflikte, Gewalt bricht aus, die Familie sucht ihr Heil in der Flucht. Es herrscht Krieg. Die Realität hat das Mädchen eingeholt, eine Realität, mit der Millionen Kinder in aller Welt tagtäglich leben müssen und an der sie sterben. Wie in Syrien. 10.000 Kinder, so die Organisationshälfte Children, wurden bei Kämpfen getötet. Wir konnten nicht bleiben, sagt diese Mutter. Wie viele andere hat sie Syrien verlassen, hat Zuflucht gefunden in Jordanien, im Flüchtlingslager. Ich hatte einfach Angst um meine Kinder. Ich fürchtete, dass sie krank werden. Wir konnten das Haus nicht verlassen, um einen Arzt zu holen. Oder Medizin zu besorgen. Überall wurde geschossen. Das Mädchen im Film feiert wieder Geburtstag. Nur ein Jahr liegt zwischen den bunten, fröhlichen Bildern vom Anfang und diesen hier. Sie hat überlebt. Aber die Kindheit, das zeigt ihr Gesicht, ist für sie viel zu früh vorbei. Erwarteten vom Anfang. Nein, ich meineuelle Heiligt bilanzatze. this liefene